Willkommen zurück bei Starbound und nicht lang gefackelt, fliegen wir zum nächsten Planeten. Und dieses Mal, im Gegensatz zur letzten Folge, wo ich es erzählt habe, werden wir jetzt mal links gehen. Bewusst links. Ich weiß gar nicht, wie ich das wohl schleimig das erste Mal gegangen bin. Bin ich links gegangen? Kann das irgendjemand sagen? Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall sind wir wieder bereit zu töten. Findet ihr das gut oder nicht? Es hilft alles nichts. Wir müssen hier leider diese Tiere ihres Geistes rauben. Um letztendlich an die heiligen Pixel zu kommen, die immer noch nicht so auftauchen wollen. Ach doch. Doch, 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 doch. Ach du Gott. Oh. Das sieht doch danach aus, als kommt er jetzt. Schade. Doch. Uhu. Das sind Freunde. Hallo. Gude. Mögen wir uns? Guck mal hier. Es geht so. Oh. Hilfe! Das werdet ihr nicht verstehen, alles gut. Sollt ihr auch nicht verstehen. Hier wird gebabbelt, das darf doch nicht passieren. Muss ich rausschneiden. Schlimm, schlimm, schlimm. Ja, ich bin's wieder. Ich weiß, ich bin gleich tot, ist mir egal. Oh, das hätte ich nicht erwartet. Ich habe es überlebt. Ich habe sie alle überlebt. Are you scared? Ich nehme auch keinen Halt vor meinen eigenen Leuten, denn jeder ist hier gleich und hat den Tod verdient. Was haben wir hier drin? Unlock the Curried Backseat Crafting Schematic. Ach, Mann. Was ist das? Das braucht keiner. Ach, das kenne ich sogar schon. Ach, du kannst es auch behalten. Da, komm. Danke. Danke für das Gespräch. Sehr nett. So. Aber so an sich war das doch eigentlich ein ganz nettes Willkommenheißen hier in der Truppe bei denen. Ich glaube, die haben mich jetzt richtig lieb geworden. Gucken wir mal, wie es der Hunger ist. Der Hunger sieht nicht gut aus. So, jetzt sieht der Hunger wieder besser aus. Schlaf mal eine Runde. Na komm, na komm, na komm, na komm, na komm. Ja, ist ein bisschen eintönig, aber so muss das nun mal sein. Okay, komm. Ja, man muss halt auch mal bei so Let's Plays warten können, dass da halt auch mal nichts passiert ist. Das sind alles Dinge, die zu diesem Spiel nun mal dazugehören. Oh, könnte sein, dass das eine Verwandte ist. Aber der ist es so, der ist so egal. Von daher alles nicht so wild. Das sieht auch alles schlimmer aus, als es ist. Ich versuche mich nur anzupassen. So, was ist hier? Es geht so. Ja, alles klar. Kupfer nehmen wir mit. Das könnt ihr behalten. Was haben wir hier so? Bücher. Bücher braucht keiner. Ja. Also, ja schon, aber nicht hier in dem Spiel. So. Guck mal hier. Das ist mein neuster Faust-Tanz. Auch du. Ähm. Was haben wir denn da? Ja, das meinte ich. Na gut. Wir werden knallenlos alle ausgeräumt. So. Nix. Was? Der ist ein Geschick. Moment. Dann nehmen wir uns doch den hier mit. Ja. Ja. Warum eigentlich nicht? Euch kann keiner mehr helfen. Ah. Was haben wir hier? Unlock the Boiled Pursby Crafting Schematic. Na gut. Machen wir das doch mal? Kenn ich auch schon. Hm. Warum kenne ich das schon? Also das. Also manchmal. Aber nur manchmal bin ich echt sehr verwirrt in diesem Spiel. Äußerst verwirrt. So. Jetzt haben wir hier ne Box. Nix. Alter, das geht so. Na gut. Ich hätte auch gern so ein, so ein Gewehr. Mann, 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 Mann. Penner. Wow, 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 wow. Okay, bringt uns noch nicht viel. Hm, nochmal, komm. Ich weiß, da ist ein Bett, aber ich will euch jetzt auch nicht zu lange warten lassen. Ach, wie sch... Der kommt mit. Und weg dieser. Ach ja. Ich muss aufpassen. Ah, du machst das richtig. Du lässt dir Zeit. Was haben wir hier? Aha. Ein Kodex. Was bringt uns der Kodex? New Kodex. Okay. Nix. 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 Nix, nix, nix. Und hier... Hm, ein Diary. Na sehen, was das uns bringt. Hm... Oh. Oh... Oh, oh... Oh, oh... So, shit. Irgendwie verliere ich momentan so ein bisschen das Gefühl für die Zeit, ich weiß auch nicht. So. Platinum. Ach, 800. Wollen wir nochmal hier, Robotik, da. Steel. Okay, ich brauche erstmal Steel. Kroooft. Kroooft. so müssen wir das gerade mal alles optimieren du passt da noch hin sehr gut die spiele box passt dahin er will sich gut machen ja aber so ich sehe es wie immer nicht sieht ja aus wie ein tisch wo ist das ding was aussieht wie ein tisch das ist nicht das ding was aussieht wie ein tisch wo ist das ding was aussieht wie ein tisch da blind blind so haben wir doch einmal mal rein wie viel zähl machen wir gar nicht so viel so da haben wir auch noch mal so so was haben wir noch was haben wir noch nein ach scheiß drauf das sind wir mal nicht so ich brauche ein paar neue paar schuhe so 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 jetzt hier hier hin und kraft ja so schön das wollte ich na komm ist egal ist egal wenn es auch ein bisschen länger dauert so ich habe landslautete die wir leider nicht mögen und von daher auch na komm juhu so die wenn ich nachguck mal seht ihr den baum ähm und von daher muss ich meinen neuesten fausthans wieder aufführen aber viel geld bringen die leider nicht das ist schade das ist schade das ist schade der stein hier unten ist eigentlich auch ganz toll sieht gut aus moonwalk ding 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 so 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 ich gehe noch mal eine runde und dann ist Schluss für heute und dieses dorf ist sehr verlassen woran das wohl mal liegen mag ich hätte hier bestimmt basartechnisch ein bisschen was abräumen können aber es geht links und rechts ist das gleiche ok see anything you like oh jetzt kann ich nicht ach da hätte ich mir Klamotten kaufen können aber ok hey hey man 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 wie soll ich eh wo ist das gleiche ok das ist auch ein bisschen komisch dann ist das gleiche ok wie soll ich es wenn ich mich nicht ihm wo ist das ist auch denn ist Hm, so, da war was? Was ist das? Hier ist noch Krach. Was hat meine? 26 ist immer noch nicht besser als das, was ich habe. Jihau. So. Na, komm her. Was hast denn du so zu bieten? Hm. Na, du wüsstest, was das dann kostet. Hey. Macht doch nichts. Keine Waffe, nichts. Was ist denn das für eine Gastfreundschaft? Hallo. So, was haben wir hier drin? Juhu, Geld. Nein, ich schraube keine Gräber aus. Das seht ihr falsch. Das ist Helmut. Günther von Anhalt Schinken. So. Hm. Hm. Moment mal. Nicht, dass wir jetzt hier fies werden, aber kommende mal. Ja, und du? Hm. Ja, Und du? Ja, und du? Komm, ich möchte dein Gehirn. Hier gehen wir uns ja durch die Maßen, aber das ist nicht gut. Tududududu. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Was passiert hier? Was passiert hier bloß? Hier gehen merkwürdige Ereignisse vor. Und zwar nicht gute. So, wo sind sie dann? Haben sie etwa Angst? Dann halt so. So, 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 so. Komm, komm, komm. Ja. Zack. Ich möchte Gehirne extrahieren. Mehr möchte ich gar nicht. Um mir irgendwann vielleicht einen Roboter bauen zu können, wenn ich das richtig gelesen habe. Aber wir sind mal nicht so. So. Und zwar jetzt noch, wir wären ein Unmensch. Oh, was ist das? Ein Molotow-Cocktail. Ach, wie gut. Aber brauchen wir nicht. So. Hey, können wir schon. Oh, na wohl Fleisch. 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 Draco. Hier sieht es wieder so leer aus. War ich hier schon mal? Ah, okay. Den kennen wir schon. Den soll ich zurücklegen. Was mit dem? Gut. 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 Und sonst so? You again. Was habe ich denn da jetzt bekommen? Sieht gut aus, aber das war es auch. Ich habe sie alle aus ihrem Dorf vertrieben. Was sagt ihr dazu? Oh, was höchst du an? Das hat dem überhaupt nicht gefallen. Und dem anderen auch nicht. Ach ja. Nein, wie geil ist das denn? Das war ja mal übelst geil. Das hat sich doch mal gelohnt, der Ausflug hier. Na, kommt's. You'll find no clue, six brothers here. Okay. Alles klar. Alles klar. Und schon ist er hin. Oh Gott. Nein. Okay, und damit beende ich diese Aufnahme-Session wie immer mit dem berühmten Tod meiner Figur. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es heißt Starbound. 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 und bei uns das da ich habe noch eine idee was ich tun kann dafür nehme ich dieses Gold ran. Wir haben schon ein paar Diamanten, so klug wie Elefanten. Und damit baue ich mir das. Und dann habe ich endlich Spaß, denn ich sehe richtig lustig aus. Au, was machen wir da raus? Raus, schauen wir noch weiter in die Ferne. Sehen wir noch viele Sterne, dazu noch eine Kuh. Und vorbei ist alles im Nu. Wir haben Glasblock, brauchen wir nicht. Wir haben was zum Stechen, Beautiful Rock Stick. Weck, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Was ist denn diese Schatztruhe, Schatztruhe? Das verstehe, wer will, das verstehe, wer will. Weg damit, weg damit, weg damit, weg damit. So, dann brauche ich noch das und zwar alles, was sich machen lässt. Und damit, sag ich nur eins, viel Spaß in der nächsten, in der nächsten, Folge, macht's gut. So ist der Fred, so ist der Fred, so ist der Fred, so ist der Fred, so ist der Fred. Er spielt Zabau und er spielt Zabau. Irgendeine verkackte Abmoderation nach diesem Gemetzel. Unser Programmleiter hat natürlich gesagt, du, das kannst du nicht wirklich so bringen. Aber ich hab mir gedacht, ich bring das einfach auf den Sender. Und von da ist das vollkommen egal. Wir spielen noch ein bisschen Musik. Das ist übrigens Blackwater Horizon. Schaut sie euch mal live an. Und bis dahin, macht's gut. Halt an, stay strong for the fight against the ones to pull you down on the tide. Und look for those who will ever stay by. Und so you face the dark and look for the lights. Halt an, stay strong for the fight against the ones to pull you down on the tide.